Musik Backe, Backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Es duftet so herrlich in meiner Küche. Ich habe gerade einen Schokoladenkuchen gebacken. Er steht hier zum Abkühlen auf dem Ofen. Leider kann ich diesen Kuchen gar nicht probieren. Er soll für die Gretel sein. Aber wozu braucht die Gretel eigentlich einen Kuchen? Sie hat doch gar nicht Geburtstag heute. Hallo Großmutti. Ich wollte mal fragen, ob mein Kuchen schon fertig ist. Hallo Gretel. Da hast du aber Glück. Ich habe ihn gerade aus dem Ofen genommen. Aber er ist noch ganz heiß. Guck mal. Er steht auf dem Backofen. Hm, der duftet aber gut. Bestimmt schmeckt er auch sehr lecker. Da wird sich die Prinzessin aber freuen. Prinzessin? Weshalb Prinzessin? Ach Großmutter, ich habe dir ja noch gar nicht erzählt, dass der Kuchen für meine Freundin die Prinzessin Pimpinella sein soll. Sie hat doch heute Geburtstag und hat mich auf das Schloss eingeladen. Da will ich sie mit einem Schokoladenkuchen überraschen. Den isst sie für ihr Leben gerne. Da wird sie sich aber freuen. Du Gretel, aber sag mal, wie kommst du denn zum Schloss? Das ist ja ein furchtbar weiter Weg. Ach, ich nehme einfach die Abkürzung durch den Wald. Dann bin ich doch ganz schnell da. Aber Gretel, tu mir einen Gefallen und geh lieber an der Hauptstraße entlang und nicht durch den Wald. Das ist ganz schön gefährlich. Im Wald, da gibt es Räuber, Hexen und Gespenster. Aber Großmutter, die gibt es doch nur im Märchen. Außerdem habe ich gar keine Angst. Ich bin schon so oft durch den Wald gegangen und da ist mir nie jemand begegnet. Trotzdem kann etwas passieren. Zum Beispiel, du könntest dich verlaufen. Geh doch lieber an der Straße entlang. Hm, hm, mal sehen. Aber ich muss jetzt wirklich los, sonst komme ich noch zu spät. Der Kuchen ist schon längst abgekühlt. Ja, das stimmt. Also, tschüss Großmutter, bis bald. Tschüss und viele liebe Grüße an die Prinzessin. Huch, jetzt ist sie auf einmal weg. Na, hoffentlich geht die Gretel auch an der Hauptstraße entlang. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Die Gretel kann immer schlecht hören. Ich mache mir wirklich Sorgen. Oh, es hat geklingelt. Bestimmt hat die Gretel etwas vergessen. Halli, hallo, mich beißt ein Floh in den Popo. Ich bin so froh. Hallo, Großmutter. Das riecht hier aber lecker. Gibt es Kuchen? Da will ich auch ein Stück. Aber mit Sahne. Und zwar mit Schlabberdi-Bapp-Sahne. Kasper, ich habe keine Lust auf Scherze. Ich mache mir wirklich Sorgen. Stell dir mal vor, der Kuchen ist weg. Der Kuchen ist weg? Wieso? Hast du den ganzen Kuchen etwa alleine aufgegessen? Nein, Kasper. Ich muss dir was erzählen. Gretel ist auf dem Weg ins Schloss zum Geburtstag der Prinzessin. Nein, ich habe ihr einen Schokoladenkuchen gebacken. Den will sie der Prinzessin zum Geburtstag schenken. Und jetzt habe ich die Befürchtung, dass sie nicht an der Hauptstraße entlang gegangen ist, sondern durch den Zauberwald, weil sie es sehr eilig hatte. Im Wald, da treibt sich doch der Räuber herum. Und ich habe gehört, dass der Räuber furchtbar gerne Kuchen isst. Aber hast du ihr denn nicht gesagt, wie gefährlich das ist? Doch, ich habe ihr gesagt, sie soll an der Hauptstraße entlang gehen. Aber du kennst doch die Gretel. Sie macht nicht immer das, was man ihr sagt. Ja, Großmutter, da hast du recht. Sie macht, was sie sich in den Kopf gesetzt hat. Weißt du was? Ich gehe ihr einfach hinterher und begleite sie ins Schloss. So kann ihr gar nichts passieren. Und wenn der Räuber auftaucht, haue ich ihm eins auf die Rübe. Ach, Kasper, das ist aber lieb von dir. Nun ade, mein lieb Großmütterlein, ich gehe in den Wald hinein. Tschüss, Großmutter. Kasper? Ja, Großmutter? Und pass gut auf dich auf. Ja, Großmutter. Und Kasper? Ja, Großmutter. Und lass dich nicht vom Räuber wegschnappen. Ja, Großmutter. Und? Ja, 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 ja. Du nervst. Der Kasper schafft das schon und holt die Gretel ein und bringt sie ins Schloss. Das ist ja eine Aufregung heute. Ich ruhe mich erstmal ein wenig aus und mache mein Mittagsschläfchen. Jetzt bin ich etwas beruhigter. Na, das ist ja interessant. Hab ich da richtig gehört? Hoho, die Gretel ist mit einem Kuchen unterwegs. Den werde ich mir holen. Ich esse auch so gerne Schokoladenkuchen. Hohohohohoho. Hohohohohohoho. Vielen Dank.